Das ist Thomas. Als Trainer des ehrgeizigen Bezirksliga-Clubs FC Vorwärts muss Thomas sicherstellen, dass er und seine Mannschaft für jeden Gegner bereit sind. Doch als das Spitzenspiel gegen DJK Rot-Weiß näher rückt, macht sich Thomas immer mehr Sorgen. Wie spielt diese Mannschaft eigentlich denn genau? Wie gut sind sie wirklich? Braucht Thomas eine bestimmte Strategie, um zu gewinnen? Leider weiß Thomas so gar nichts über den Gegner und hat keine Möglichkeit, sich wirklich intensiv auf den Gegner vorzubereiten. Gar keine Möglichkeit? Doch! Auf der Suche nach Hilfe besuchte Thomas amateurscout.de die erste und einzige Vermittlungsplattform für den Amateurfußball. Hier findet er genau die Informationen, die er braucht oder den Scout, der sie ihm besorgt. Und so funktioniert es. Auf amateurscout.de bekommt Thomas aus einem Archiv Scouting berichtet zu praktisch jedem Amateurfußballverein. Natürlich auch zu DJK Rot-Weiß und das zu einem wirklich fairen Preis. Aber amateurscout.de kann noch mehr. Auf der Suche nach den neuesten und frichesten Informationen entschließt sich Thomas, einen Scout zu engagieren, um das nächste Spiel von DJK Rot-Weiß vor Ort beobachten und analysieren zu lassen. Alles, was er tun muss, ist, seine Anfrage zu posten und eines der Angebote auszuwählen, die er von verschiedenen Scouts erhält. Er entscheidet sich für Felix, einen Scout mit vielen positiven Bewertungen, einem großartigen Lebenslauf, der ihm ein gutes Angebot macht und zudem noch in der Nähe wohnt. Felix bestätigte den Auftrag von Thomas, besuchte das Spiel, beschreibt die aktuelle Mannschaftsaufstellung, die gespielte Formation, den Stärken und Schwächen der Spieler und beschreibt die spielrelevanten Ereignisse, sowie die wichtigen Situationen des Spiels. Hierzu nutzt Felix das Profi-Tool von amateurscout.de, was ihm die Arbeit an seiner Analyse enorm erleichtert. Am Ende drückt er nur noch auf einen Knopf und alles ist fertig. Als Thomas den Bericht erhält, ist er begeistert und nutzt das neue gewonnene Wissen, um seine Mannschaft top auf den Gegner einzustellen und vorzubereiten. Und da er tatsächlich das Spitzenspiel gewinnt, zahlt er gerne die Scouting-Gebühr von Felix. Und Felix ist auch happy, nicht nur Thomas geholfen zu haben, sondern auch darüber, dass ihm die Plattform amateurscout.de alles Bürokratische abnimmt. Vollautomatisch. amateurscout.de macht euch und eure Mannschaft einfach besser. Erfahre mehr auf amateurscout.de Erfahre mehr auf amateurscout.de